Hatte Harpo nicht gesagt, dass er in keinem Club Mitglied werden wolle, der ihn haben will? Grant entdeckt das Gedicht, das ich an die Wand gemalt habe. The time has come, the walrus said, to talk of many things, of shoes and ships and sealing wax, of cabbages and kings, and while the sea is boiling hot and weatherpigs have wings. Er brummt amüsiert und sieht mich an. Schweine mit Flügeln? Why not? Weil sie zu fett zum Abheben sind. Fünftes Kapitel Du hast Besuch. Ich weiß, Janus, was glaubst du, für wen ich hier Bettwäsche zusammensuche? Nein, nein, er ist im Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer? Eben war Grant noch damit beschäftigt gewesen, das Campingbett aufzustellen. Du solltest eben keinen Einbrecher in dein Haus lassen. Es ist zu spät für kluge Ratschläge. Abgesehen davon, wo hast du dich die ganze Zeit herumgedrückt? Das Arbeitszimmer gehört mir. Nein, mir. Ich habe einen Stapel Blümchenbettwäsche in der Hand, die weder von der Farbe noch vom Motiv her wunderlandtauglich sind. Nun, damit wird Grant leben müssen. Aber Janus hat recht. Jetzt höre ich es auch. Leise Fußtritte, ein zartes Rascheln gleich nebenan. Der Boxer kann sich erstaunlich ruhig verhalten. Nicht das Arbeitszimmer. Ein Gefühl steigt in mir hoch, das ich so schon lange nicht mehr gespürt habe. Ich kann es kaum benennen. Eine hagelschwere Gewitterwolke kurz vor dem ersten Blitz. Doch das Beste kommt erst noch. Ich stampfe in das nächste Zimmer, die Hände in Blümchenbaumwolle verkrallt. Da sitzt Grant, voller Besitzerstolz, in meinem Bürostuhl, an meinem Schreibtisch und sieht aus meinem Fenster hinaus in meinen Garten. Als wäre er Dan Brown und hätte soeben mal wieder einen Bestseller fertiggestellt. Grant hört mich hereinstampfen, rollt elegant mit dem Stuhl ein Stück zurück, dreht sich um und sieht mich erwartungsvoll an. Ich knalle ihm die Blümchenladung auf den Schoß. Los, runter mit dir, mach dein Bett. Du hast hier oben nichts verloren. Out of bounds. Comprende, Padrone.